Ex Libres Hörprobe aus dem Rotary Magazin 10 2023, ein Auszug aus dem Buch Abschied von der Öffentlichkeit von Michael Hüther. Erstens, die Bedrohung der Öffentlichkeit. Warum schreibt ein Ökonom über die Bedrohung der Öffentlichkeit? Eine Kompetenzanmaßung? Mut über Mut? Folgt man Friedrich August von Hayek, dann ist dies keineswegs so. Vielmehr wird durch ihn der Ökonom geradezu ermuntert, die Grenzen des eigenen Faches bewusst zu überschreiten. Für politisch und öffentlich relevante Ökonomik ist das eigentlich eine Pflicht. Die Motivation für diesen Text speist sich aus meiner grundsätzlichen Einschätzung, dass volkswirtschaftliche Entwicklung, unternehmerischer Erfolg und wirtschaftspolitische Möglichkeiten nie unabhängig von allgemeinen politischen Entscheidungen, legislativen Umsetzungen und administrativem Handeln sowie vom alltäglichen öffentlichen Diskurs, gesellschaftlicher Reflexion und daraus folgender Legitimation verstanden können. Dazu kommt meine Wahrnehmung, dass der für dieses Zusammenspiel relevante öffentliche Raum aktuell besonders unter Druck steht, sich seine Funktionalität grundlegend verändert und ein Kippmoment erreicht ist. Das führt mich zu der Frage an die künftige Funktionsweise der Gesellschaft und das verlangt einen breiteren Blick als den üblichen des Ökonomen. Der Essay als Textgattung macht deutlich, worum es gehen soll, um einen Anstoß zum Gespräch über die sich aus vielen Quellen und unterschiedlichen Zeitschichten speisende neue Sortierung der Gegenwart. Die These lautet, es droht eine Abwicklung der Moderne, wenn die Privatheit die Öffentlichkeit dominiert und damit drohen Verluste an Modernisierungserfolgen, wie sie sich in den vergangenen zwei Jahrhunderten gesellschaftlich, wirtschaftlich und politisch eingestellt haben. Diese Einschätzung liegt eine grundsätzlich positive Sicht auf die westliche Moderne als Epoche der Gegenwart zugrunde, weil die Selbstermächtigung des Menschen anders nicht zu denken ist. Das bedeutet nicht, dass die Moderne keine negativen Seiten hätte und dass die Modernisierung keine problematischen Folgen zeitigte. Wie sollte es anders sein? Die verrufene Moderne wird dennoch nicht als Signum unserer Zeit gesehen, weil trotz aller kollateralen Schäden die Geschichte des Westens eine Fortschrittsgeschichte ist. Eine offene, noch lange nicht auserzählte, trotz aller krummen Pfade im Grunde zielgerichtete Geschichte, denn die subversive Kraft der Ideen von 1776 und 1789 hat sich noch längst nicht erschöpft. Und das normative Projekt ist im Hinblick auf die Universalität der Menschenrechte unvollendet. Der öffentliche Raum hat sich infolge der Modernisierung der vergangenen zwei Jahrhunderte im transatlantischen Westen als wichtige Steuerungsinstitution entwickelt, die das vielfältige alltägliche Miteinander der Menschen als Staatsbürger, als Gesellschaftsmitglieder und als Wirtschaftsakteure prägt. Demokratie manifestiert sich bei uns sowohl in willkürfreien Prozeduren und Wahlverfahren als auch im alltäglichen gesellschaftlichen Gespräch, dem für jeden Einzelnen zumutbaren Wagnis der Öffentlichkeit, Hannah Arendt. Wir sprechen von deliberativer Demokratie mit sich dynamisch gestaltenden sozialen Räumen als Folge und Ausdruck der öffentlichen Kommunikation. Zugleich ist unsere Wirtschaftsordnung dezentral und innovativ über Märkte getrieben, die ihrerseits von der Dichte der Arbeits-, Wissens- und Risikoteilung in der räumlichen Ordnung leben. Öffentlichkeit und öffentlicher Raum werden nicht auf den politischen Streit der besseren Argumente verengt, sondern ebenso als Ort der Vermittlung und Gestaltung des Alltags sowie des ökonomischen Austauschs verstanden. Der öffentliche Raum steht vor grundlegenden Herausforderungen, die sich aus gesellschaftlichen Trends ableiten, welche bereits seit längerem wirken und für die Ausreifung der westlichen Moderne kennzeichnend sind. Diese Trends Globalisierung und Fernbeeinflussung, Digitalisierung und Selbstermächtigung, Individualisierung und Identitätsegoismus, Komplexitätszunahme und Eindeutigkeitsverlust sind je für sich beschrieben und erörtert worden. Entscheidend ist der erreichte Reifegrad der Entwicklung, der dazu führt, dass qualitative Veränderungen in der Gesellschaft eintreten, die sich in Konflikten und neuer Rückwärtsgewandtheit äußern. Zudem haben sich die Wirkungszusammenhänge und die wechselseitigen Bedingungen der Trends verschärft. Seit dem Frühjahr 2020 hat sich dazu die Erfahrung der Covid-19-Pandemie gesellt, die tief in das öffentliche Leben eingegriffen hat. Die Hoffnung, dieser Eingriff verliere seine Wirkmacht, sobald die Pandemie zu einem endemischen Phänomen wird, ist unrealistisch. Denn ganz unabhängig von der endemischen Manifestation des SARS-CoV-2-Virus in grippeähnlichen Wellen und der Bedeutung von Long-Covid bleibt die Erfahrung fundamentaler Verletzlichkeit moderner Gesellschaften. Ein gesellschaftliches Leben ohne Öffentlichkeit, der weitreichende Rückzug aus dem öffentlichen Raum und damit ein Rütteln an den Grundfesten der westlichen Modernen zu erleben, all dies wird nicht ohne dauerhafte Wirkung bleiben. Die engstirnige Null-Covid-Strategie in China mit der Folge wiederkehrender, weitreichender Abschließung des öffentlichen Raums bestätigt diesen Zusammenhang. Der Mangel an gesellschaftlichem Vertrauen, die tiefe Verankerung autoritärer Mechanismen in Politik und Gesellschaft sowie die Abwesenheit eines zivilgesellschaftlichen Korrektivs lassen zu, dass der Staat dort beliebig und umfassend Freiheits- sowie Bürgerrechte einschränken kann. Zudem werden die ökonomischen und gesellschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges in den westlichen Gesellschaften für den öffentlichen Raum zunehmend sichtbar. Historische Teuerungseffekte, Störung der Weltenergiemärkte und der globalen Liefernetze haben neue ökonomische Anforderungen gestellt. Die Verteidigungsfähigkeit muss massiv gestärkt, der gesellschaftliche Widerstandswille außen- und sicherheitspolitisch neu formiert werden. Die Wohlstandsverluste sind nicht zu verdrängen und wegzubuchen, sie müssen hingenommen werden. Die zu verändernden Prioritäten verlangen nach Umschichtungen im öffentlichen Haushalt. All das birgt soziale Konflikte und gesellschaftliche Auseinandersetzungen. Die Illusion einer dauerhaften Friedensdividende ist jedenfalls zerstoben. Neu bewertet wird zudem die Globalisierung, manche rufen gar deren Ende aus, weil sie eine Politik für die Gestaltung der weltweiten Kooperation ablehnen. Der globale Systemkonflikt setzt die offenen Diskurse liberalerer westlicher Gesellschaften verschärft unter Druck. Die Sicherheit der individuellen Selbstermächtigungsoption ist gefährdet und der öffentliche Raum droht seine Orientierungs- und Steuerungsfunktion zu verlieren. Die genannten gesellschaftlichen Trends, die Pandemieerfahrung und die russische Aggression haben die gleiche Stoßrichtung. Eine Gefährdung des öffentlichen Raums als Ort der Kommunikation und des Gesprächs, der Positionsbestimmung und der Aushandlung, des Streits über Interessengegensätze und der Konfliktlösung, der friedlichen Gewaltenteilung. Die Gefährdung ergibt sich einmal durch die Überforderung des gesellschaftlichen Common Sense of Interest, eines gemeinsamen Sinnes für ein gemeinsames Interesse, David Hume, aufgrund von Globalisierung, Digitalisierung und der Verengung der Identitätsidee auf die subjektive Existenzwahrnehmung, Identitätsegoismus. Zudem durch den pandemiepolitisch geforderten Rückzug in die Privatheit sowie durch die Neubewertung kollektiver Prioritäten seit dem 24. Februar 2022. Mehr als nur emblematisch steht für diese Verquickung die Konjunktur der Heimarbeit als extremer Rückzug in die Privatheit und die Vermischung der unterschiedlichen Lebenssphären als Abkehr vom öffentlichen Raum mit einer dominanten Kultur der Präsenz, dem Alltagskonzept der Moderne, sowie als Einkehr in das technisch ertüchtigte ganze Haus Otto Brunner, das Alltagskonzept der agrarischen Welt Alteuropas der Vormoderne. Wenn nach der Neuformierung unserer Lebenswelt gefragt wird, dann kann dies nicht nur auf die objektiven Bedingungen makrostruktureller Veränderungen und exogener Schocks wie die Pandemie, den Krieg gegen die Ukraine oder die Klimakrise zielen, sondern bindet immer mit ein, was die Menschen diesen Daten als Verständnis und Bedeutung beimessen, aber auch, wie sie diese durch Haltung ausdrücken und durch Handlung umsetzen. Erst dann wird aus den objektiven Daten eine neue Alltagswelt. Ebenso gilt bei den aufgeführten Trends, dass diese zwar grundsätzlich bestimmte Wirkungen entfalten, deren Ausmaß und Intensität aber schwanken. Das Alltagsweltwissen differiert in Raum und Zeit. Gesellschaften reproduzieren trotz aller Globalisierung und Offenheit in erstaunlicher Beharrlichkeit das über eine lange Vergangenheit gelernte und habituell reflektierte. Die historischen Gesellschaftsstrukturen erzeugen Identitätstypen, die im individuellen Fall erkennbar sind. Jede Gesellschaft hat, so Helmut Plessner, spezifische Widerlager ihres Bewusstseins, die unweigerlich zu stabilen Differenzierungsprozessen zwischen Gesellschaften führen. Die Gesellschaft als subjektive Wirklichkeit setzt die fundamentale Erfahrung des Anderen, von Angesicht zu Angesicht, eine Kultur der Präsenz voraus. Die Vis-à-vis-Situation ist der Prototyp aller gesellschaftlichen Interaktionen. Dort erkenne ich das Subjektsein des Anderen an einer Fülle von Anzeichen. Und nur im Miteinander erfahre ich, ob Vorstellungen, Werthaltungen, Handlungen einen Sinn ergeben, weil sie mit den entsprechenden Äußerungen und Reaktionen der Anderen konfrontiert werden. Diese Quasi-Objektivierung durch Kompromissbildung ist die elementare Voraussetzung für Sinnfindung als kollektiven Vorgang. Das ist gleichermaßen schmerzhaft und ermutigend. Was aber bedeutet es, wenn dieser Prozess unterbrochen, gestört oder in die digitale Welt verlegt wird? Diese Frage drängt sich umso mehr auf, wenn man bedenkt, dass die Sprache als Ausdruck die Alltagserfahrung und das Vis-à-vis bestimmt. Denn anders als Mimik und Gestik weist die Sprache durch ihr Potenzial dokumentarischer Verschriftlichung über den Augenblick der Begegnung hinaus, ist aber von diesem meist nicht zu trennen. Berger und Luckmann nennen es die Kraft der Objektivation, die der menschlichen Ausdrucksform eigen sei. Im Zusammenspiel mit der Externalisierung von Gesellschaft durch die Ausbildung und Legitimation von Institutionen einerseits und der Internalisierung von Gesellschaft sowie Spiegelung des Alltags durch Sozialisation des Einzelnen andererseits, lassen sich die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit und ihre aktuelle fundamentale Bedrohung systematisch verstehen. Das war ein Auszug aus dem Buch Abschied von der Öffentlichkeit von Michael Hüther aus dem Rotary Magazin 10 2023. Untertitelung des ZDF für funk, 2017